Als Teil der Öffentlichkeit ist es mir wichtig, auf Dinge aufmerksam zu machen, die normalerweise keine Aufmerksamkeit bekommen. Äthiopien liegt mir dabei sehr am Herzen. Meine Familie kommt aus dem Land und der Großteil meiner Familie lebt dort noch. Mit Nuru Coffee wollen wir den Blick auf das Land ändern und Äthiopien von einer neuen und schönen Perspektive zeigen. Indem wir aufzeigen, dass Frauen in Äthiopien die gleichen Träume und Ziele haben wie wir Frauen in Europa, hoffe ich eine Brücke zwischen diesen zwei Ländern schlagen zu können. Vielen Dank.